Noch am selben Tag werden Heidemann 200.000 Mark ausgezahlt. Damit will er dem Tagebuchlieferanten demonstrieren, dass der Verlag bereit ist, auch große Summen zu investieren. Ohne Quittung. Am nächsten Tag will Heidemann in Ditzingen bei Stuttgart zum ersten Mal die Quelle treffen. Herr Fischer, mehr weiß er nicht. Noch bevor er das Klingelschild entziffern kann, öffnet sich die Tür. Na ja, und dann ist er angehopft. Stand plötzlich vor der Tür. Na ja, und dann habe ich ihn reingelassen. Und dann haben wir bla 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 bla. Er hat natürlich groß auf den Wickel gehauen. In gelöster Atmosphäre wird übers Geschäftliche geplaudert. Heidemann setzt von Anfang an auf seine besten Argumente. Und dann habe ich das erste Gespräch geführt und habe nun immer gelockt, auch mit der Yacht von Göring und Uniform. Die habe ich ihm ja auch gleich mitgebracht beim ersten Mal und gegeben und hatte gehofft, dadurch kriege ich ein Buch vielleicht billiger oder so. Sympathisch. Vor allem nett und lustig und er hatte so eine gewisse Bauernschleue an sich, aber eigentlich habe ich ihm das alles geglaubt, was er mir da erzählt hat. Der Fälscher macht sich ans Werk. Mithilfe einschlägiger Chroniken wird Geschichte neu geschrieben. Als Tagebuch. Der kleine Göppels macht schon wieder Geschichten mit Frauen. Werde in den nächsten Tagen einen geheimen Erlass herausgeben, dass ich von meinen engsten Mitarbeitern und Parteiführern im Reich keinerlei Affären mehr wünsche. Das soll Hitler über seine Helfer geschrieben haben? Unglaublich. Die ersten drei Tagebücher sind fertig. Jeder Journalist wartet natürlich auf den großen Scoop. Und Hitler-Tagebücher sind natürlich eine der größt vorstellbaren Scoops und Coops überhaupt. In Hamburg herrscht Euphorie. Eine Maschinerie läuft an, die kaum mehr zu stoppen ist. Die Verlagsspitze geht voll ins Risiko. Dem Tagebuchbeschaffer wird blind vertraut. Hunderttausende von Mark, alles ohne Quittung. Es war unvorstellbar. So etwas hatte es noch nie beim Stern gegeben, dass jemand so viel Geld in die Hand gedrückt kriegt, ohne überhaupt zu wissen, was der damit macht. Es wurde also ein Sonderkonto eingeführt. Der damalige stellvertretende Verlagsleiter des Stern führte also eine handschriftliche Buchhaltung. Und Heidemann bekam dann entsprechende Summen, mal 200.000, mal 400.000 Mark, bar in die Hand gedrückt. Und lieferte dann entsprechend Tagebücher ab. Auch der neue Verlagschef Gerd Schulte-Hillen macht mit und gibt für die Beschaffung der Tagebücher Millionen frei. Der Verlag zahlt Heidemann anfangs für jedes Tagebuch 85.000 Mark. Der Fälscher kassiert aber nur je 60.000 Mark. Das Wechselgeld von 25.000 Mark bleibt bei Heidemann, so das Hamburger Landgericht beim späteren Prozess. Bei 27 Tagebuchbänden wäre das ein Gewinn von 675.000 Mark. Der Reporter dementiert noch heute. Ich habe alles abgeliefert, 9,3 Millionen und außerdem hat er von mir über 500.000 noch privat bekommen. Das wiederum sieht der Fälscher anders. Die ersten Tagebücher werden in einem schwäbischen Wirtshaus übergeben. Erst das Geld, dann der Hitler. Ein gutes Geschäft für beide. Heidemann bekommt vom Stern für die Beschaffung der Tagebücher ein stattliches Honorar. 1,5 Millionen Mark. Mit einem Schlag ist er seine finanziellen Sorgen los. Welch ein Reporterglück. Als ich dann die anderen Bücher holte und saß im Flugzeug, dachte ich, wenn die wüssten neben mir, was ich hier lese, nicht und so. Da habe ich so ein Kribbeln gefühlt. Auch der Vorstand kann sein Glück kaum fassen. Der Gegenstand verstärkte diese Illusion, die man für wahrhielt. Da ist ein Tagebuch von diesem Hitler. Und diese Schriften sind goldwert, weltweit vermarktbar. Walde und Heidemann sollen großzügig am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt werden. Die haben natürlich geglaubt, sie sind Millionäre und haben nicht mehr richtig geprüft. Und haben alles, was gegen die Echtheit der Tagebücher sich herausstellte, an Fakten zur Seite geschoben. Zum Beispiel die Notiz über Hitlers Leibstandarte. Im März 1933 will Hitler sie in Berlin-Lichterfelde besucht haben. Aber die SS-Truppe hieß damals noch gar nicht Leibstandarte. Und nach Lichterfelde kam sie erst viel später. Und da sagt Walde, ja merkt ihr mal solche Dinge, Gerd, die hauen wir dem Arsch dann alle um die Ohren, dem Hitler, ich meine damit, wo wir ihn bei Lügengeschichten ertappen in ein Tagebuch. Irgendwann wird der Wunsch zum Vater des Gedankens, also wenn man sowieso schon so besessen ist und natürlich nicht nur fasziniert ist von dieser ganzen Welt, sondern für sich den ganz, ganz großen Scoop sieht, dann werden kritische Elemente, dann werden alle Dinge, die das Ganze relativieren können, ausgeblendet. Das kennt auch jeder. Wer besessen ist von einer Sache, kann schon nicht mehr objektiv sein. Was? Verschweigen mir meine Ärzte. Kann ich diesen Leuten überhaupt noch trauen? Bin total zerstochen von den vielen Spritzen. Bin ich vielleicht unheilbar krank? Zwei Buchstaben F und H. Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Also wenn es Führerhauptquartier heißen würde, müsste FHQ da drauf sein. Führer Hitler. Führers Huld. Führer Hegel. Führers Hemd. Führers Hand. Keine Ahnung, was das sein soll. Für Raubquartier. Als später da dieser Film von Helmut Dietl stank ins Kino kam, sind wir Sternleute oft gefragt worden, ist es denn wirklich so bizarr, also so grotesk gewesen? Und dann haben wir immer gesagt, noch viel grotesker. Ein feierlicher Moment auf der Karin 2. Die Verlagsspitze gibt sich die Ehre und stößt an mit dem Entdecker der Tagebücher. Später kommt auch der Fälscher an Bord und bringt Heidemann frische Ware. Wenn ich jetzt in den Tagebücher mal reingeschrieben hätte, es wird ein Mann kommen aus dem Stamm der Heidemänner und der wird wahrscheinlich meine späteren oder später mal meine Schriften entdecken. Der hätte das als Vorsehung angesehen. 13. Mai 81. Schüsse auf Papst Johannes Paul II. Die Chefredaktion will, dass Heidemann die Geschichte des Attentäters recherchiert. Sie weiß noch immer nichts vom Tagebuchtransfer. Im Verlag legen die Eingeweihten dem Reporter nahe, sich krank zu melden. Kommt nicht in Frage. Informiert die Chefredakteure jetzt gefälligst, dass ich unabkömmlich bin, dass ich nicht in die Türkei jetzt kann. Es sei denn, anderer muss die Tagebücher holen. Eine Million Mark sind schon investiert. Die Chefredaktion wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein gravierender Verstoß gegen alle Regeln im Verlag. Die Hintergangenen denken an Rücktritt. Und dann haben sie gesagt, also, das sollten wir vielleicht doch nicht machen. Denn bei solch einer Sensationsgeschichte, wenn wir jetzt hier auf unseren Verträgen herumreiten, das ist auch keine gute Idee. Chefredakteur Koch steht intern unter Druck. Er braucht dringend eine große Geschichte. Psychologisch betrachtet, nicht sachlich, war es sicher so, dass schon nach kurzer Zeit für jeden, der eingeweiht war, nur die Möglichkeit bestand, ich steige hier aus und versäume dann den größten Kuh des Jahrhunderts. Zwischenbilanz. Mitte 81 liegen 25 Tagebücher vor. Der Verlag hat dafür 3,02 Millionen Mark investiert. Und wo so viele Millionen schon geflossen sind, da kann man jetzt nicht plötzlich aussteigen. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, leg ich mir einen Fack zu, oder komme ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Wie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Man kann es vergleichen mit, ja, einer Art großem Spiel. Der Einsatz wird größer, das Risiko nimmt zu und gleichzeitig aber auch ist, wenn man das Spiel gewinnt, trotz großen Einsatzes, trotz großen Risikos, der Gewinn natürlich dann umso größer. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Plötzlich taucht sogar ein Sonderband über Rudolf Hess auf. Hitlers Stellvertreter. Der Stern legt dem Bundesarchiv Koblenz mehrere Einzelblätter vor, darunter auch eines aus dem Hess-Band. Was handelten Sie von den Dokumenten? Glauben Sie, dass sie echt sind? Und wir haben uns natürlich erkundigt, woher haben sie die und so weiter? Und dann haben sie natürlich sofort gesagt, das möchte man im Augenblick noch nicht sagen. Und so, wie sie sich gaben, musste man den Eindruck haben, dass es sich um bedeutsame Dokumente handelte. Die sollen jetzt verglichen werden mit den seltenen Original-Handschriften von Hitler aus dem Bundesarchiv. Keiner ahnt, was hinter der Blättersammlung des Sternen wirklich steckt. Also von Tagebüchern, das soll man in aller Deutlichkeit sagen, war nie die Rede. Und wir konnten auch gar nicht auf die Tagebücher kommen, weil das Material, was wir vor uns hatten, war alles andere, aber nicht Teil des Tagebuches. Die streng geheim gehaltenen Kladden werden im Tresor einer Züricher Großbank aufbewahrt. Heidemann hat alles vertraglich geregelt. Nur er und Walde dürfen die Tagebücher auswerten. Exklusiv. Sie sind die Herren des Verfahrens und sie bestimmen auch, was geprüft wird. Schriftgutachter werden beauftragt. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bestätigt. Dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Handschrift Hitlers handelt. Und die beherrscht der Fälscher perfekt. Nur die Schrift wird geprüft, nicht das Material. Auch vom renommierten Schriftexperten Ordway Hilton aus den USA. Meine Antwort wäre, dass es Hitlers Originalanschrift ist. Tatsächlich stammen manche Vergleichsschriften ebenfalls aus der Werkstatt des Fälschers. Und damals war es natürlich kein Zufall mehr, dass die Gutachter gesagt haben, das ist identisch. Während Heidemann neue Tagebücher bei Kuja holt, macht sich sein Kollege Leo Pesch auf den Weg nach Zürich zum angesehenen Schriftexperten der Kantonspolizei, Max Frey-Sulzer. Auch der sagt, alles echt. Es hatte ja nie einen Zweifel gegeben und auch diese Gutachten waren nicht in Auftrag gegeben worden. Das darf man nicht verwechseln. Um die Echtheit dieser Kladden zu prüfen, sondern sie waren in Auftrag gegeben, um die Ergebnisse den potenziellen Käufern der Rechte vorzulegen. Das war der einzige Zweck dieser Veranstaltung. Ein zusätzlicher Kaufanreiz. Weihnachten 82. Immer mehr Tagebücher treffen beim Stern ein. Doch ausgerechnet an Heiligabend überrascht ein rechtsradikales Blatt mit der Schlagzeile Hitlers Tagebücher entdeckt. Ja, dadurch kriegten die wahrscheinlich oben das Flattern, weil Irving nun plötzlich rauskriegt.